Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist der Eurobuzz. Ihr könnt euch bestimmt noch an das Gewinnspiel erinnern, wo es um diese schicke MP7 geht. Das muss leider immer noch alles ein bisschen warten. Ich weiß, ich habe euch gesagt, dass das Gewinnspiel zur MP7, hier 5000 Abonnenten Spezial und so, dass das zeitnah kommt. Allerdings bin ich mitten im Umzugsstress und ich muss noch ein Römer, das Haus ist noch nicht fertig renoviert und hin und her und deshalb dauert es halt noch alles ein bisschen. Das Video werde ich erst im neuen Haus produzieren. Das Video zu der MP7 und auch das Video zu dem anderen Ding, was ich noch liegen habe, kommt beides ab 1. Mai rum. Oder kurz vorm 1. Mai. Da wird das Video produziert, weil dann ist der Umzug auf alles schon hinter mir und dann habe ich wieder halbwegs normales Arbeitsklima. Weil hier ist alles Baustelle und ich habe einfach keine Zeit. Ich bin von morgen bis abends nur am Machen und deshalb muss das leider noch ein bisschen warten. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall kommen und ich habe euch nicht vergessen, es wird alles passieren. Noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank an den ASMC, der mir halt dieses Ding zugeschickt hat, was ich euch dann halt an euch verlosen werde. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte mich nur ein kleines Zwischen-Info-Ding geben, weil hier, sie guckt mich mal an. Ich sehe aus wie, ja, eingesaut vom Feinsten. Ja, ich bin, wie gesagt, mitten im Renovierungsstress. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem eine schöne, hoffentlich warme Woche. Gestern war es ja brutal warm, heute geht so. Ja, ich werde jetzt gleich wieder zum Haus fahren und weiter renovieren. Ah, ein Video kommt eventuell vorher noch, ein Video, weil das kann ich zwischendurch machen. Und zwar, was würdet ihr davon halten? Ein Tag im Leben des Europas, wenn ich so ein Video mache. Ja, meine Frau kam auf die Idee. Ich fand das ganz witzig, ja. Wenn ja, dann schreibt es da nochmal in die Kommentare oder gebt ein Däumchen drauf, dann weiß ich Bescheid. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein, bis dennne und tschüss, euer Europas. Ciao!